hallo liebe facebook youtube instagram und tik tok freunde ich grüße euch wir haben heute montag den 17 januar 2022 und heute komme ich zum ersten mal mit einem unboxing für das nokia g20 das gibt es heute bei real im angebot ich muss das mal eben einmal umdrehen hier das prospekt und zwar so augenblick gibt es das für 159 euro in dieser woche bei real im angebot limitierte stückzahl ich habe das bei real hier bei uns in essen am porsche platz 2 gekauft und die hatten noch zwei stück da ich habe also tatsächlich mal glück gehabt so in dem handy befinden sich also das ist das nokia on smartphone g20 vierfach hauptkamera mit ultra weitwinkel tiefen und moment makro sensor 48 megapixel plus fünf megapixel plus zwei megapixel plus zwei megapixel 8 megapixel frontkamera vier gigabyte rahmen bis zu 64 gigabyte interner speicher dann steht hier micro sd slot erweiterbar bis 512 gigabyte nano sim und android 11 dann gibt es hier noch inklusive zwei jahre betriebssystem update man kann also praktisch auf android 12 und android 13 noch das update bekommen wenn es in den nächsten zwei jahren diese beiden versionen gibt und dann gibt es hier noch das monatliche sicherheitsupdate für drei jahre und die anderen also dieses betriebsupdate das gibt es nur zwei jahre lang bei nokia so das hier ist jetzt der karton ich habe den gerade schon ausgepackt hier ist das siegel von real bei und hier unten auch noch mal so so meine lieben dann packen wir das mal aus ich habe das schon ausgepackt und auch schon einmal gestartet und neu installiert nach jetzt aber hoppla jetzt fällt das doch schon fällt es doch schon fast runter aber zum glück nur fast so also hier ist jetzt das nokia smartphone smartphone so das packen wir jetzt mal aus einmal aus der verpackung so dann schauen wir jetzt aber als erstes würde ich sagen mal rein was hier noch alles drin ist hier liegt jetzt schon mal das smartphone das gibt es auch in verschiedenen farben so hier natürlich jetzt erstmal wieder das handbuch in verschiedenen sprachen dann haben wir hier was haben wir jetzt hier noch ja kopfhörer die sehen natürlich mal wieder jetzt nicht gerade besonders toll aus also da habe ich schon besser gesehen muss ich ehrlich sagen dann haben wir hier das aufladekabel und den stecker den kommen wir uns auch einmal an so das ist also nokia so dann haben wir das auch tun wir den karton mal zur seite und gehen jetzt zum nokia so also wie gesagt ich hatte das schon mal ausgepackt und auch eingerichtet weil halt eben dieses das muss man ja alles neu einrichten da muss man die e mail adresse und alles eingeben damit ich auch noch alles stundenlang euch angucken müsst habe ich das schon gemacht jetzt starten wir ach übrigens hier gibt es auch den gesichts entsperrer und fingerabdrucksensor man hat hier auch lte an bord und ja neben lte ist hier auch noch google pay also man kann mit diesem handy auch bezahlen und mit dem handy auch sprechen aber das ist ja mittlerweile scheinbar sowieso üblich so hier an der seite ist der slot zum öffnen für die micro sd karte und für die sim karte und dann ist hier noch jetzt ein knopf jetzt weiß ich allerdings gerade ich glaube das ist jetzt ne das ist doch der hier ne da schauen wir gleich mal also hier ist die laut und leise wippe hier oben zum laut und leise machen und hier ist der knopf zum einschalten aber auch der fingerabdrucksensor den habe ich jetzt nicht aktiviert deshalb drücke ich da jetzt einfach einmal drauf und werde das neue nokia starten so und wir warten mal weil ich habe jetzt eben erstmal fast eine stunde gebraucht bis ich das telefon überhaupt eingerichtet hatte weil es erstmal ein neues update gab und so lange möchte ich eigentlich kein video machen deshalb haben wir das alles jetzt mal übersprungen das ist ein klassisches einsteiger handy aber sehr gut verbaut und vor allen dingen leistungsstarker 5000 milliampere starker akku der sollte zwei tage durchhalten und so gerät wird für die einrichtung vorbereitet so das hatten wir ja alles schon so sieht das auf jeden fall jetzt schon mal aus montag 17 januar ist schon zu erkennen weil ich habe das ja habe ich euch ja schon gesagt neu gestartet und so sieht das handy jetzt also aus ich hoffe ihr könnt das irgendwie so ein bisschen sehen hier youtube netflix ist schon installiert das vermute ich mal war schon drauf auf dem handy weil ich habe es nicht drauf gemacht nur die netflix app die musste ich eben einmal installieren jetzt versuche ich hier mal wieder raus zu kommen so zack raus also das handy ist relativ flott unterwegs jetzt gehen wir mal hier in die einstellungen so hier also 21 prozent belegter speicher haben wir jetzt ich habe jetzt noch über hier also 50,65 gigabyte platz auf meinem alten nokia handy ich habe das nokia 5 da habe ich leider nur 16 gigabyte interner speicher und es ist immer wieder voll also immer wieder steht da drin speicher belegt speicher belegt und das obwohl da eine sd karte drin ist die der scheinbar überhaupt nicht akzeptiert um die apps zum beispiel raus zu verlagern hier soll das jetzt angeblich ausreichen und muss man eben ausprobieren so dann haben wir hier öffnen wir einfach mal netflix also es geht also wirklich relativ flott muss ich sagen das ist also wirklich klasse da kann man nicht meckern ich bin ja ein großer freund von netflix deshalb habe ich das schon eingerichtet so dass ich euch auch zeigen kann wie schnell das jetzt wirklich läuft ich spiele jetzt einfach mal aus meiner liste einen film jetzt ab damit ihr sehen könnt nach jetzt bin ich erstmal wieder raus geflogen so aber ihr seht also wirklich es öffnet sich sehr schnell ich öffne jetzt mal hier einen film so abspielen also es geht wirklich relativ schnell vorwärts hier da kann man also echt nicht meckern mal wie ihr hier sehen könnt jetzt müssen wir hier einmal auf ok drücken also ihr könnt sehen das ist auch ein schönes großes bild läuft also alles einwandfrei so gehen wir wieder raus zack und auf wiedersehen und dann kann man mit dem handy tatsächlich auch sprechen und das mache ich jetzt mal ok google das funktioniert also schon mal so jetzt gehen wir hier wieder raus so und dann soll das andere auch noch funktionieren hey google wie wird das wetter heute heute gibt es in essen regenschauer bei temperaturen zwischen 5 und 8 grad momentan ist es überwiegend bewölkt bei 6 grad na das hört sich ja schon mal gut an so das haben wir auch also es läuft relativ flott ich habe jetzt mal den lautsprecher laut gemacht schauen wir uns den noch an ok google wie wird denn das wetter heute heute gibt es in essen regenschauer bei temperaturen zwischen 5 und 8 grad aktuell ist es überwiegend bewölkt bei 6 grad ja also ich kann sagen jetzt der lautsprecher ist laut hört sich relativ an also beim nokia 5 finde ich den bass irgendwie so ein bisschen besser aber das kann auch täuschen das muss man eben erstmal abwarten also die kamera hinten sieht richtig klasse aus also hier die ist also wirklich die sieht richtig schön aus dieser ultra weitwindel der gefällt mir auf jeden fall schon mal und ist alles in hd alles klar für welche uhrzeit soll ich ihn einstellen ja für gar keine so und ähm wie gesagt also mir gefällt das wirklich richtig gut muss ich ehrlich sagen bin echt zufrieden und für 159 euro bei real kann man jetzt nicht meckern ich weiß jetzt leider nicht den den anderen preis aber soweit ich gehört habe lag der bei an die 200 euro das ist ein einsteiger handy aber hat echt gute sachen an bord also da kann man nicht meckern vor allen dingen finde ich gut den vier gigabyte ram also der arbeitsspeicher ist schnell und der arbeitet auch relativ flott das finde ich gut das handy ist jetzt seit circa acht monaten auf dem markt und ich habe es dann halt heute morgen bei real gekauft und ja jetzt lassen wir uns mal überraschen wie das alles wird ob es wie viele jahre es flott läuft da muss man halt mal gucken und abwarten auf jeden fall so ist es relativ zügig also ich kann da jetzt echt so nicht meckern ich gehe jetzt mal noch hier nochmal in die einstellungen wenn der mich denn lässt also irgendwie ist das manchmal echt so ein bisschen kompliziert da unten rum zu fummeln hier über das nokia also tatsächlich ist jetzt hier die android version 11 drauf und ja immer steckt platz eins stecke passen also zwei sim karten rein ja nokia gerätename g20 also ich kann euch dieses handy ans herz legen auch wenn ich hier unten das echt nervig finde bei meinem alten nokia sind hier kann ich hier drauf drücken dann komme ich raus hier gehe ich zurück in den home und hier auch und hier ist das irgendwie nicht das ist ein bisschen nervig ich krieg da echt manchmal wirklich die krise da bist du hier unten sechs stunden dabei hier immer wieder und wieder zu drehen und geht einfach nicht nach oben das ärgert mich so ein bisschen wie ihr hier sehen könnt sonst ist das handy echt super aber das hier ist echt blöd gemacht das ist etwas was ich hier nicht verstehe weil man muss ja wenn man hier zum beispiel netflix öffnet dann will man ja hier zum beispiel auch wieder raus und man kommt dann zwar raus aber man kann die alten sachen überhaupt nicht schließen die man also jetzt vorher geöffnet hat das ist echt lästig bis man das mal auf die reihe gekriegt hat aber ansonsten muss ich sagen ist das echt ein schickes teil ich bin zufrieden aber ich denke mal mit der zeit wird das mit der handhabung wohl auch ein bisschen besser gut ich hoffe euch hat das video gefallen lasst mir einen daumen nach oben da ich wünsche euch noch einen schönen tag passt auf euch auf bis bald und abonniert meine kanäle bei tik tok youtube instagram und auf facebook tschüss